Aber theoretisch müsste da noch zu und dann müsste es eigentlich gehen. Aber warum ist hier nicht angedockt? Das sieht ja weird aus. Das sieht super weird aus. Vor allem da unten. Ach unten. Unten muss man vielleicht noch eine Wand. Aber da ist ein Stein. Da kommst du gerade nicht ran. Das ist ein Stein. Kannst du keine Wand nehmen. Musst du erst offen machen und ein Fenster reinsitzen oder so. Na vorbei. Ja. Dieser Stein war eben da doch nicht da. Ich habe da gerade gespawnt. Das ist mir klar. Wie das mit dem Regen. Genau. So. Kannst du da unten an der Wand setzen? So. Jetzt sitzt da auf jeden Fall eine Wand. Und jo. Bist immer noch offen. Jetzt ist das. Hier ist ja auch noch keine Wand. Hier muss ja auch noch Wand hin. Und hier unten auch wahrscheinlich neben der Treppe. So. Jetzt brauchen wir Ressourcen. Hier war jetzt auch keine Wand, oder? Hier war jetzt nur der Pfeiler. Ähm. Der Seite. Moment. Eine Wand fehlt da unten noch. Ja. Und hier musst du auch eine Türendurchgang machen. Ja. Die haben mich hingesetzt. Die Decke hier, wo ich gerade stehe, ist keine Decke. Richtig. Das ist richtig. Darum geht es. Die Tür habe ich da eigentlich gerade hingesetzt. Ich nehme ich auch Sonder. Wenn ich mich hier instelle, habe ich Sonder. Ah, du standst da, deswegen habe ich sie nicht bauen können. Das war's. Jetzt kannst du. Äh, nee. Mir fehlen noch 16. Du brauchst auch nur den Türrahmen. Du musst nur den Rahmen bauen, du musst auch keine Tür einbauen. Das denke ich mir schon. Eigentlich. Ach, da oben ist auch noch eine Wand, die fehlt, glaube ich. Aber ja. Das ist schon. Dreifte. Äh, Steinchen brauche ich noch. Das interessiert mich jetzt. Das will ich wissen. Mhm. Mal schneller, du Wert. Ist das einmal wert? Ja. Hier oben an der Treppe ist, aber ja, da ist die Wand. Hier unten fehlt, glaube ich, auch noch eine Wand. Wenn ich jetzt richtig, Leute. Sekunde. Hier ist nämlich nur die Treppe. Naja, alles gut. Gucken. Also eigentlich habe ich um die Treppe drumherum eine Wand gezogen auf der Ebene. Also außenrum. Ja, außenrum, aber hier zum Beispiel fehlt es nur noch. Ja, ja. Hier habe ich keine hingezogen. So. So, dann mach mal den Türbogen erstmal. Mal bei denen fertig haben. So. Du musst dann nichts weiter rein. So. Jetzt fehlen wir noch zwei Ziele. Hier noch eine Wand. Was? Hier? Also hier eine Ebene höher. Runden dann wahrscheinlich noch. Ja, jetzt fehlen dann auch neun Ziele. Nein, sieben Ziele. Ich gebe mir zufälligermaßen noch Ziele drin. Wahrscheinlich nicht. Hier war irgendwas. Aber nee, das ist nur Steinmasse. Ja. Ich weiß halt nicht, wie die Treppen reagieren, wenn du die innerhalb eines fertigen Gebäudes machst. Vielleicht geht das da besser. Ja, wahrscheinlich hätte ich das auch machen sollen, aber... Ich habe halt den Balkon gebaut und dann die Treppe dran geflaschen, um zu gucken, ob es funktioniert. Aber das ist ja nur ein Übungsschloss. Ja. Ich hab halt nicht gehört, dass ich mich nicht über den 먼 Hes-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf-Ruf. Naja, zwei Steinchen noch. Also, so wie ich das sehe, müssten zwei Wandungen fehlen. Oder drei sogar. Oh, das wird immer teurer. Eigentlich sind es sogar vier, wenn du unten bezählst. Aber ich weiß nicht, ob wir unten brauchen. Wobei hier ja zu ist. Also. So, ich komme. So, also hier denke ich ja. Also, na, die würde ich jetzt nicht machen. Mal hier. Okay. So, hier fehlt eine Wand. Auf der Seite. Ich glaube aber eine Ebene höher. Also, der, wo die Wand hier ist. Die Ebene. Fällt hier eins. Da kann ich keine Wand bauen. Okay. Weil da ist eine Treppe. Also, hier und hier kann ich keine Wand bauen. Weder auf oberer noch unterer Ebene. Okay. So, und dann gucken wir mal, ob du da jetzt hinten eine bauen kannst. Die ist gebaut. So. Hm. Aber wie viel ist hier auf jeden Fall Wand eigentlich? Das wäre jetzt meine... Ja, hier oben. Hier und... Da oben, ja. Die beiden, ja. Und dann müsste hier theoretisch oben drauf auch noch eine Wand sein. Genau, richtig. Drei Stück. Hm. Dann müsste es zu sein. Ich meine, jetzt kann es ja relativ sicher durchlaufen, aber... Ja. Was mich auch interessiert... Hier ist ja nicht drauf. Hier ist aber alles zu. Wenn ich mir jetzt ein wenig Bluteszenz und Steinfundamente nehme... Dann macht es Sinn sogar... Das... Gewartes Ding zu nutzen. Hm. Hm. Okay. Wunderbar, Master. Oder siehst du so aus? Du siehst so aus. Ja, ist klar. Joker. Joker, Joker, der Vampir. Das Geile ist, man kann sich ja selber nicht angucken irgendwie so. Doch. Schlecht so. Ja. Du bist schon, du musst die Kamera mit dem Rechtsklick. Rechtsklick, genau. Meinst du ist der Ado-Kart, ja. Mit dem Rechtsklick kannst du die Kamera drehen. Also, und dran so kannst du auch. Also, jetzt drehe ich mal meine Kamera zu dir, so. Du hast irgendwie... Du hast irgendwie einen Spitzwart. Du hast durch die Dinger da einen Weg. Das ist richtig, ja. So kann man das eigentlich... Was brauchen wir eigentlich, um das abzugraden? In Bad? Ja. Das ist damit auch schon alles. In Mössiles-Bad. In Speer meinst du? Das Maragte. Ja. Maragte. Da muss man ja einkaufen gehen. Das heißt, wir brauchen ja Kupferminzen. Das heißt, wir müssen wieder Händler überfallen. Vielleicht überfalle ich die, die weiter weg sind und holen wir da die Kupferminzen, um dann, dass wir einander nennen. Und Schleifsteiner bauen. Und gar nicht mal so wenig. So, jetzt noch eins, zwei, drei, vier, fünf Wände. Und dann haben wir sogar theoretisch hier oben ein zweites Stockwerk. Statt einer Terrasse. Da könnte man dann theoretisch nochmal eine Treppe setzen, da müsste man hier oben noch was bauen können, denke ich. In theory, it is like, as you said. Wie viele Mauern braucht das Schloss? Alle. Alle. Ja gut, aber ich glaube, das würde ich nicht jetzt ausprobieren, weil das braucht man für beide, bis das Zeug da ist. Irgendjemand sagt dir was von Nahrungsmittel, äh, Händler überfallen, meine ich. Ja, gerne tun. Ähm, können wir auch Porten führen. Okay. Zum östlichsten Teleporter. Einmal östlicher Teleporter. Genau. Okay. Weil wir schon einen großen Balkon haben, können wir auch nachunterspringen, oder? Richtig. Was für eine Scheiße habe ich den jetzt schon wieder dabei, weiß ich nicht. Genau. Ich kann es dir nicht sagen, da ich keinen Einblick in dein Inventar habe. Oh. Hier geht es gerade so in den Stein. Na, vorwärts, die kommen halt. Ich wünschte, diese Skelette würden ein paar Sekunden länger halten. Okay, ich muss doch eh nicht trinken. Leider, aber ich rede von den eigenen. Ach du. Die halten eigentlich ganz gut, so wie es hier aussieht. Ja, aber meistens sind sie dann trotzdem gut. Die wollen wir übrigens nicht, also das war falsch. Make the DNA. Who am I to judge? You know? Ja. Jetzt waren sie schon angegriffen, da kann man sich schon direkt noch Bart angreifen. Oh ja, gut leben. Au. Komm, die ist dann. Oh, die sind auch ein bisschen gut. Haben die gar nichts getroppt? Ach, hier ist ja einer. Der wusste wahrscheinlich nicht, dass er trocken sollte. Ja, guck an. Hier ist dein zwiedichtiger Warenhändler. Hahaha. Der ist gerade gespawnt. Der ist gerade gespawnt. Spawnt? Die ämteren abbiegen? Ja. Ach ja. Ja, hier sind die alle wieder drei wieder da. Ja, aber jetzt sind sie sauer auf. Was? Ja, weil wir es schon wieder angegriffen haben. Ist ja gut, weil ich das hier gar nichts zu tun. Ja, vielleicht war das ja ein Versehen. Das können wir jetzt raus. Ja, da kommt ja... Wo kommen die alle her? Ich glaube, die können die, glaube ich, gehen, weil irgendwie... Also, ich habe vier Gruppen müssen gekriegt, aber die waren aus den Kisten, glaube ich. Ja, ich versuche gerade auch wegzukommen. Ja, ich habe wieder irgendwelchen Mist dabei, der... Sonst nicht irgendwie... Was wahr ist. Oh, äh... Mag mich jemand aufheben? Nö. Oh, natürlich. Ja, wo liegst du denn? Äh, auf dem Weg. Neh mir? Na, da bist du. Ja, ich musste gerade was essen. Normalerweise haben sie mich dann beim Essen rumgefahren. Ja, das Essen war erfolgreich. Und wo das... Aber bist du heute schon mal beim Essen getötet worden? Ich warte nicht. Ja, ja, ja. Okay. Dafür bin ich noch kein einziges Mal bei einem Bosskader. Also heute. Dankunuuu. Du-dau. Dann würde ich aber auch sagen... in dem zurück könnte man vom Thema... Ja, das liegt nach nem sehr guten Plan. Ok. Wir haben hier noch Abenteuer der Rückreise. Mhm. Tschüss! Nein, nein, nein! auch das geht schon man darf halt nur nicht anhalten oder sich anhalten lassen dass wir zu begegner trupperspringen kann der zwölf ist ganz nice na toll jetzt habe ich anstelle von kochen kochen gewesen gleich neben essen wunschvaters gedanken aber irgendwann wird es halt darmstadt der alpha wolf und die chaos bogenschütze prügelt sich auch sehr gut der wandert und dann wieder zu seinem dingster zurück ja guck mal der alpha wolf knüpft hier gegen die so schön dann lassen wir sie doch einfach machen wie gut dass ihr gerade an der gleichen stelle vorbei gekommen seid wo ich auch gerade vorbei aber keiner will meine abkürzung nehmen verstehe also ist das schon besser aus die eine wand ist da fehlen doch zwei leute jetzt hast du sogar hast du sogar ein mini balkon hier oben gebaut weil er nur steine brauchte vor allem der eine ist halt auch über dem schloss wir haben genügend steinchen für die wand dann fehlen natürlich die bretter ist klar oh wir haben ja eigentlich eine ganze menge wir haben ja eine ganze menge zeug ja jetzt ist der weg auch überdacht das stimmt das ist ja auch wenn eigentlich nur noch die rohens mal kostet jeweils 12 von dem zinsen steinornamente und wieder was gelernt mal lernt die aus ja ja woher mal lernt dann haben wir da ja ja also ja woher ist maranten dann haben wir da ja dann würde ich mal sagen von meiner seite aus vielen dank fürs zuschauen am donnerstag geht es weiter mit star 20 uhr ich wünsche euch noch viel spaß bei dem folgenden stream und eine gute nacht ein